SPRING WEG! Oh, ist das ein Scheiß oder was? Ich kann nicht springen, weil ich einen Pfeil in der Hand hab. Jedes einzelne Herz hier. Ich muss das jetzt irgendwie riskieren. Eigentlich hab ich ein paar Äpfel geklaut. Das hat sich meinem Zuschauern weh getan. Da hast du recht. Es ist richtig Profi spielen jetzt grad. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey.